hallo und herzlich willkommen zum things you stay! Ich bin wieder im Spiel Heroes of the Hearthstone. Hearthstone, nicht Heroes, nur Hearthstone. Ich habe eine Truhe geschwischt. Schauen wir mal was drin ist. Ein Kartendeck, ein bisschen Mana und eine neue Karte. Ich glaube die Karte habe ich auch schon. Deswegen... Froschen heizt. Deswegen, deswegen... Oh, drei neue Quäste. Ja, ich habe die letzten Teil leider nicht gespielt. Ja, die neue Karte, die werde ich gleich mal einzaubern bei meiner Sammlung. Wie, habe ich die noch nicht gehabt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte die schon. Ach, das ist eine andere. Und das ist auch eine andere. Dahinten war immer der und... Wo sind die andere? Die findest du nicht. Naja, da ist sie. Oh! Gut. Zum Entzaubern haben wir leider nichts. Wundert euch nicht über die Geräusche im Hintergrund. Nebenbei läuft mein Telefon. Ähm, ja. Ich wollte jetzt das Solo-Abenteuer machen mit die zwei Herausforderungen. Ich hoffe mal, das geht schon schnell. Dann Start war jetzt erst mal die erste Herausforderung. Und werden dann gleich die nächste Herausforderung machen. Ich denke mal, so lang wird es heute nicht dauern. Letztes Mal ist es schon ziemlich lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, nicht den einer killen kann. Aber jetzt... Das Licht wird den Sieg bringen. Hey, das ist doch der eine. Vertauscht das Leben eines Dealers mit den eines anderen. Okay. Die werden wir erst mal nicht draus spielen, weil... Die immer kaken und ich kann sowieso nur ein einziger loswerden. Also bringt die mir eigentlich weniger was. Oh, das sieht aus jetzt aber... Die ist zerstört. So ein Mist. Ich tauscht das Leben mit einem Dealers und einer anderen. Vernichtet alle anderen Diener auf eure Hand. Nein, den nicht. Ich komm mal wieder rein. Okay. So. 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 Ich hab grad die richtige Karte ausgespielt. So. 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 Und gehen schnell zum nächsten Kampf rüber. Das war glaube ich mal wieder ein Ding. Ich muss halt die Truhe aufmachen. Oder? Ist die schon offen, wenn ich gewonnen habe? Dann weiß ich jetzt nicht. Okay, bei dem war das ja. Er wechselt immer wieder ab. Immer wieder andere. Dann haben wir die weg. Kommt keine Einerkarte. Gehen. So. Öffnet die Tore! Legt euch nicht mit Zahnen an! Tötet den da hinten! Lass raus! Aus! Mein Schild für Eifel! Spillen wir uns aus! Spillen wir uns aus! Mein Verarbeit ist von höchster Drängigkeit. Lass mich in Ruhe! Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Ach ja. Schön wär's. Basis in Flammen! Mh. Mh. Auf in die Bresche! Zusammen sind wir unaufhaltsam! Also kommen die Bresche! wusste nicht Interesting. Wir planen ein Mengen, die Mumt! Ich meine, gegen die Dä係... icer für K Neben Philadelphia! hmm jo ein bisschen im hintergrund muss auch sein und ich hab eine runde verloren das gibt es doch nicht schnell wieder starten erstmal schauen ok die ist sowieso sofort ausgepackt jetzt werde ich die ganze zeit an den einen hier ich muss die wildnis schützen hier klettert den falschen berg hinauf was mache ich da jetzt hier 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 Die Runde wird mal wieder nicht schön. Ich finde nicht so einen Diener mit mindestens 6, äh, 7em Angriff. Achso, mindestens, ja, ja. Das ist, wenn man schnell was machen will. Hm. Okay. Gleich mache ich das so, wie er bei mir auch macht. Nur auf den Helden rauf. Und nochmal eine Runde. Ich bin schon am Spitzen, weil das Gegner so schwer ist. Sie aufheben, sie beim wegpacken. Ah, und der eine kommt hier. Wie kann denn sowas sein? Und nochmal. Klettert das falschen Werk hinauf. Kostet ein bisschen weniger für Diener. Ne, da bringt mir nichts. Für die Wildnis. Tötet den da hinten. Ja, raus. Hey. Da zieht der Mann wieder richtig bescheiden. So, 5. Da war immer den hier. Ich bin in dieser consume eins. Weil ich noch mal kurz schnappt. Ich bin Imperialist. Ich bin Agent genommen. thànhbon und ich bin Gerhard. Ich bin dieser Seite, ich bin dieser Seite. Aber ich bin dieser Seite, ich bin dieser Seite, wäre ich nicht. Ich bin dieser Seite, Aber ich bin der Zeit. Ich bin der Fall. Nee, das war... ok. Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren! Das kann doch nicht sein. Und, schon wieder verloren. Hey, ich hab noch zwei Leben. Erst den, dann den. Dann den. Und, kaputt ihn. Jetzt probier noch einmal die Runde zu spielen, wenn das nicht klappt. Ich will euch das nächste Woche mal zeigen. Oh, werde ich nächste Woche mal weiter probieren. Dann kriegt der... ...Malfurius Sturmkinn eine extra Runde. Wir sind die wahre Horde. Ich muss die Wildnis schützen. Ok. Grüße. Der ist nur am Lachen hier. Ich rufe jetzt mal ein Weltraum 2 1 dabei, wenn dieser Schahne leidet. Ok. Dann probieren wir, dass er kein Schahne leidet. So. 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 Your WTF. Wie wird sehr stark halten für Kerr, Erleitung! Das war dr 그렇죠. Auf! Derweil! N innocence pace! Jetzt werden wir den aber besiegen. So, jetzt haben wir erstmal alle ein bisschen mehr Power gegeben. Und werden auch die Runde jetzt gewinnen. Oder vielleicht auch nicht. Legt euch nicht mit, Zahna! Fünf Leben hat er noch. Okay, ich sag mal, das war jetzt unser Sieg. Und gewonnen! Geht auch. Alle guten Dinge sind rein. Aber noch ne totalen Krieg, oder? Ich hoffe. Weil dann stimmt das. Gut. Die Spiele auffällig gemacht. Und ich werd dann mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch haben die zwei schnellen Runden... Naja, so schnell rein, sah aus. Aber ich hoffe, euch haben die Runde gefallen. Ich würd mich freuen, wenn ihr euch schon wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschö, tschö! Tschö! Nachts?